Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen Top 10 Video von mir für euch. Heute geht es um die Karambit Knives. Ich merke hier einfach mal an für alle neun, dass alle anderen Waffen, Schusswaffen, bereits durchgemacht sind. Ihr müsst nur hier in die Playlist reingehen, die ist hier irgendwo, ich glaube oben rechts, äh, oben rechts, ist ein I. Und da könnt ihr draufklicken und da müsste dann stehen zur Playlist oder irgendwie so. Und die aktuelle Umfrage, falls eine drin ist. Wir fangen direkt mit Platz 10 an, los geht's. Auf meinem 10. Platz liegt das Tiger Tooth Karambit. Wir fangen schon mal hoch, gepokert an, ich weiß. Tiger Tooth war noch nie so mein Lieblings-Skin, also egal auf welchem anderen Knife. Es sieht schon wirklich nicht schlecht aus, so ist es nicht. Aber es ist halt einfach nicht meins, darum auch der 10. Platz. Die Kosten liegen bei dem Knife bei 407 Euro, die Preise sind wie immer von CSGO Stash und sind mittlerweile auch sicherlich schon 3 oder 4 Wochen alt. Da habe ich die Liste nämlich erstellt. Ich wollte diese Top 10 Teile eigentlich früher fertig machen, aber ihr wisst ja, wie süß die Arbeit und dann auch das Vergnügen, ne. Und dann haben wir noch Top 10 Videos. Weiter geht's. Auf meinem 9. Platz liegt das Black Laminate. Ich weiß, es ist gar nicht so fancy, also es ist nicht so grell und hell. Wie das Tiger Tooth, und ihr wisst ja, eigentlich gefallen mir solche grellen Sachen. Aber das sieht doch ultra nice ausgearbeitet aus. Also sowas ist mir dann doch lieber wie dieses helle, also gelb ist einfach nicht meins. Ja, gelb ist auch nicht meine Farbe. Gelb kann gegen sowas nicht ankommen. Und diese dunkle Klinge. Oh. Oh. Kosten 1549 Euro. Lese ich das richtig? So teuer, what the fake? Da kann man sich schon einige tolle Sachen von kaufen, ne, von so viel Geld. Naja. Auf dem 8. Platz haben wir das Karambit Artotronic. Auch sehr schlicht und einfach gehalten. Dieser rote Schimmerstreifen hier oben macht das Ganze aber schon ziemlich fancy. Wie so Blut, dass da so runterläuft. Sick. Was steht da oben drin? Was ist das hier? Ist das so nackt, die Frau, oder was? Kosten 1100 Euro. Der Preis ist, um das auch nochmal genannt zu haben, immer der teuerste Preis in nichts. Der Track. Das muss nicht immer FN sein. Gerade bei den Rust-Code-Dingern sind meistens die teuersten oder teureren. Die teurerer. Nur, dass ihr da nochmal Bescheid wisst, ne. Sonst kommen Leute und machen, und sowas kann ich nicht gebrauchen. Auf dem nächsten Platz liegt das Karambit Lorentz. Auf dem 7. Platz. 1286 Euro. Das ist schon was. Ich fände es noch ein bisschen cooler, wenn der Griff schwarz wäre. Gold und schwarz. Also Gold und grün sieht nicht so bombastisch aus wie jetzt Gold und schwarz oder was anderes halt. Dieses Armeegrün oder was es ist. Ich sehe es halt nicht so optimal, ne. Und diese Tribals sind auch nicht so geil. Es würde mir reichen, wenn es komplett Gold wäre und vielleicht irgendeine Faserung drin hätte. Irgendeine Maserung, meine ich. Damaskes Steel zum Beispiel. Nur halt mit Gold. Ja, 1286 Euro. Alles ziemlich teure Knives. Ich verstehe nicht genau, warum die so teuer sind. Ich habe weiter oben Knives, die finde ich deutlich geiler aussehen. Und die sind nicht so teuer. Aber naja. Zum Beispiel haben wir auf dem 6. Platz ein Knife. Und zwar das Karabit Freehand. Das kostet nur 293 Euro. Also ungefähr 1000 Euro weniger. Und das finde ich doch schon ziemlich sick. Also gerade jetzt, wenn das so schimmert hier, ne. Das lila, ne. Dann mitunter diese abgedunkelten, bisschen schwarz laufende Bemalung, Bezeichnung. Und dann schimmert da einfach an den Rändern das Metall durch. Das sieht geil aus. Richtig nice. 293 Euro. Auf dem 5. Platz liegt bei mir das Karabit Case Hornet. Ich weiß nicht, ob ich hier ein perfektes gewählt habe. Gucken wir mal kurz hier rein. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich mag es halt, wenn der Blauanteil sehr hoch ist. Okay. Okay, nein. Ach, guck mal. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Ist jetzt halt auch StatTrak. Was soll's. Ja, also da muss man natürlich das Glück haben, dass man auch das richtige, wie nennt man es, Pattern hat? Das ist für einen stimmt. Da hinten sieht das echt scheiße aus. Wow. 513 Euro. Ja gut, hab ich gesagt. Auf dem 4. Platz liegt bei mir das Crimson Web. Denkt euch das StatTrak wieder weg. Das ist jetzt einfach nur ein Vorflow-Modell. Und warum ist das jetzt nicht FN verschissen? Okay, als ich die Liste erstellt habe, hatte ich ein FN vor mir. Das sah natürlich richtig nice aus. Das ist ja schon fast FN. Da passt dieser schwarze Griff, der bei dem goldenen hätte auch mal lieber dabei sein sollen. Perfekt oder sehr gut zu diesem roten. Das finde ich einfach nice. Das ist irgendwie schlicht, aber trotzdem geil. Platz Nummer 4. Der Preis liegt hier bei 2000 Euro. Das ist schon echt, oder? Ich habe jetzt eben aber ganz kurz nachgeschaut und drei Preise muss ich unbedingt noch verbessern. Und zwar einmal das Black Laminate. Das kostet nur noch 500 Euro oder im Moment nur noch 500 Euro. Da sieht man, ob die Preise bei manchen Teilen sinken können. Holla die Waldfee. Das Freehand kostet 269 Euro im Moment. Und das Case Hardened 381 Euro. Nun ja, wir waren bei Platz 4 beim Crimson Web stehen geblieben. 2000 Euro, krasser Scheiß, ultra teuer. So, jetzt kommen nur die ersten drei Plätze. Ihr könnt also raten, was da wohl auf dem dritten, zweiten und ersten Platz ist. 3-2-1, raus geht's. Fertig geraten. Dabei findet sich bei mir das Doppler. Wobei das jetzt echt schlecht ausgesucht ist, oder? Ja, naja. Egal, da kommt es auch auf das Pattern drauf an. Das wisst ihr ja. Das ist auf meinem Platz Nummero 3. Wenn das Farbenspiel stimmt, dann ist es echt richtig sick. Richtig ultra sick. Kosten 314 Euro. Mhm. Höchst emiziös. Auf meinem zweiten Platz liegt das Gamma Doppler. Grün. Lieblingsfarbe, ihr wisst Bescheid. War ja klar. Da ist es dasselbe. Wenn das Farbenspiel richtig nice ist, dann... Sexy, sexy. Kosten 538 Euro. Und jetzt kommt der erste Platz. Was wird's wohl sein? Natürlich! Das Dumbubbler-Cadambeet. Das Marble Fate ist logischerweise auf meinem ersten Platz... Boom. Verstehst du? Boom. Guckt euch dieses Schnuckelchen an. Leute, guckt es euch an. Von euch. Für mich. Ein weiteres Mal. Dankeschön. 520 Euro. Versteht ihr da gerade mal? Soweit, so gut. Dann wären wir also wieder durch mit diesem Top Ten. Es kommen jetzt glaube ich noch zwei oder drei Knives. Warte mal, ich hab's doch eigentlich hier stehen, ja? Doch, zwei. Und dann sind wir durch. Dann wurden alle Waffen getopptent. Ja, auch alle Knives. Also ich weiß nicht, Waffen und Knives. Messer, Waffen. Eigentlich dasselbe, aber viele sagen Waffen. Peng, peng. Messer, Schlitz, Schlitz. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.